Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Streugut-Dienstag. Im Bereich der Sondermaschinen führen wir unseren Tendomat. Der Tendomat ist unser Weidezaun-Wickelgerät. Dieser verfügt serienmäßig über zwei Edelstahlhaspeln, ein Bedienteil, einen Elektromotor sowie die Grundräume der Maschine. Am Bedienteil kann der Tendomat ein- und ausgeschalten werden. Ich habe die Möglichkeit über eine wickelte Geschwindigkeitveränderung von Schildkröte langsam, so wie hier, und bis Hasen schneller wie hier. Zusätzlich verfügt der Tendomat über eine Rutschkupplung, welche auslöst, bei Überlast und stoppt den Tendomat. Der Tendomat wird an der oberen Haspel angetrieben. Hier wird das Aufwickeln vorgenommen. In der Regel übernimmt die untere Haspel das Abwickeln. All diese Informationen, sowie weitere Informationen, findet ihr auf unserer Homepage, auf unserer 360-Grad-Welt, oder über das Telefon. Ruft uns einfach an, wenn ihr Fragen habt. Schaut wieder beim nächsten Streugutdienstag vorbei. Es würde mich freuen, wenn ihr uns einen Like da lasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute!